Koko Lohres Erste Aufgabe Was wünschst du dir? Wovon träumst du? Was beschäftigt dich gerade? Mal ein Bild! Untertitelung des ZDF, 2020 Als Anerkennung für ihre Geduld und weil die Kurse ausfallen müssen, haben die Kinder von Isabel Medaillen bekommen. Und die zweite Aufgabe war dann, mach eine Medaille oder einen Pokal für jemanden, dem du Danke sagen möchtest, den du magst oder den du einfach toll findest. Die Ergebnisse zeigen wir euch im nächsten Video.